Oh, das haben sie ja super gemacht. Ja, aber es geht gerade. So Barbara, da ist der Christoph auch schon ein. Jetzt setzt gerade einen Fussgänger auf den Stegen. Jetzt warten wir noch schnell. Das ist der Hüt, oder? Du sagst es da, 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 da. Hoi, salut. Hoi. Perfetto. Und jetzt fahre ich immer da oben zurück. So, da kommt nichts mehr Spektakuläres. Jetzt montiere ich die Kamera wieder. Und werde ich das demontieren.